Weiter geht es mit dem Thule Babyjogger. Dieser Babyjogger ist für ein bis zwei Kinder gedacht. Dieses Modell kann vor allem durch die gewohnte gute Thule-Qualität überzeugen. Der Laufkinderwagen ist robust und kann bis zu 45 Kilogramm Gesamtgewicht belastet werden. Du kannst hier sowohl ein als auch zwei Kinder transportieren. Über die vier Reflektoren bietet der Laufkinderwagen auch in der Dunkelheit eine hohe Sicherheit und Sichtbarkeit für Autofahrer. Der Laufkinderwagen hat durchsichtige Fenster und bietet sowohl dir als auch den Kindern gegenseitigen Blickkontakt. Du kannst das Modell sowohl als Jogger als auch als Fahrradanhänger verwenden. Der Umbau ist hier sehr einfach möglich. Praktisch ist, dass die Räder sehr groß sind und somit Unebenheiten problemlos ausgleichen können. Zwei Gurte sind verfügbar, um die Kinder sicher anzuschnellen und während der Fahrt eine hohe Sicherheit zu bieten. Nachteilig ist, dass der Babyjogger von Thule in der Anschaffung etwas kostspieliger ist.